Einen schönen guten Abend auf der Videowiese. Ich hoffe, das Auspuffgeräusch ist diesmal besser rübergekommen. Ich muss da noch ein bisschen üben mit meinem neuen Supermikrofon. Aber darüber wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass es mir immer so viel Spaß macht, an so einer rot-weißen V-Strom dieses Marlboro Desert Express Kit drauf zu klatschen. Jeder einzelne Aufkleber ist ein Genuss. Wenn das jetzt der Mario erfährt, dem das Motorrad gehört, der zieht mir gleich die Kohle für die Arbeitszeit von dem Motorrad ab. Da habe ich dann einen Treffer. Scheiße. Also ich finde diese Idee von Suzuki, dieses alte Marlboro Design wieder aufzunehmen, die finde ich so super genial. Das kannst du mit gar nichts wieder gut machen. Selbst nicht mal mit der gelben Farbe. Und die ist schon cool. Aber das ist der Hammer. Aber wie meine Suzuki-Freunde, ich bezeichne sie mal als meine Freunde, ich weiß nicht, ob ich ihr Freund auch bin. Also wie die Suzuki-Jungs-Typen, sage ich immer, wie der Suzuki-Hersteller dann auf die Idee kam, so in der Mitte aufzuhören. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Also eine Marlboro braucht Marlboro-farbene Felgen. Das haben wir erstmal in Ordnung gebracht. Das geht nämlich sonst gar nicht. Und natürlich gibt es auch noch ein paar Felgen. Randaufkleber dazu, das haben wir auch gleich noch in Ordnung gebracht. Das geht ja sonst gar nicht. Und eine Marlboro braucht natürlich nicht nur diese geniale rot-weiße Farbkombination, sondern sie braucht auch noch ein bisschen dieses Marlboro Design. Und deswegen, wer genau hinguckt, findet das hier auch wieder. Und natürlich darf da große Suzuki dastehen statt Marlboro eben. Weil es ist ja auch eine Suzuki und da kann man stolz drauf sein. Da muss ich nicht irgendwo so klein dort stehen. Und auch das V-Strom kann ein bisschen knallen. Und natürlich kommt jetzt drauf, wer das Ganze verbrochen hat. Und dann noch so ein schöner kleiner Rally-Streifen dazu. Und schon hast du das schönste Tankdekor der Welt. Jetzt kann jemand sagen, Stefan, was hast du denn heute wieder genommen? Ein bisschen selbstverliebt, oder? Ach, ich habe noch vergessen. Natürlich gibt es auch noch einen und deshalb Express-Aufkleber passend dazu. Und das kleine Gefuddel hier auf dem Seitendeckel, das haben wir auch weggemacht. Und ich habe wirklich Lebenszeit damit verbracht, diese 1050 so zu machen, dass du sie in verschiedenen Winkeln als 1050 immer wieder erkennst, weil das über diesen komischen Spalt drüber geht, der da auch noch zwei auseinanderdriftende Kanten hat. Mann, Mann, Mann. Also, das war schon Arbeit. Und ja, ich bin selbstverliebt und ich liebe dieses Design. Das ist, ich finde, das ist einfach ein geiles Motorrad. Und natürlich haben wir dem Marco auch noch ein paar Sachen umgehangen, die die Geschichte noch ein bisschen mehr komplett machen. Als erstes hat er erst mal noch die ordentlichen Zeta-Protektoren gekriegt. Ich glaube, ich mache zu den Zeta-Protektoren noch einmal eine eigene Geschichte, aber vielleicht schon mal so viel in diesem Video erklärt. Sie passen für das Motorrad. Dübel rein an der Seite, ist klar. Breiter Abstandshalter ist recommend. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und dann muss hier die Pumpe gelöst werden, die Klammer dahinter, und dann kannst du die vordere Klammer dransetzen und schon ist auf dieser Seite der Handprotektor dran. Die zweite Seite verhält sich nicht anders. Okay, wir haben hier so ein bisschen Kollisionsnähe, nenne ich das mal, mit diversen Schaltereinheiten. Und damit kannst du diesen Bügel nicht unendlich nach oben drehen. Aber das ist glaube ich auch gar nicht, das ist auch nicht nötig, weil das soll ja höchstens in Höhe von dem Knopf, also hier von dem Ende von dem Hebel stehen. Und das kriegen wir auf jeder Seite genau so hin. Funktioniert hier ebenfalls so. Wir klemmen dieses Teil, kommt hinter die Pumpe. Wir nehmen das innere Loch und dann passt das. Und wie gesagt, die höchste Position ist eben in einer Höhe knapp so seitlich drüber guckt. Siehst du ja, da guckt noch ein bisschen Kugel raus und so soll es auch sein. Weil ein Schlag kommt ja von unten, nicht von oben. Also diese Handprotektoren haben wir drangebaut. Die sind einfach schön von der Optik her gut verarbeitet, die CETA und die XC-Protektoren sind auch wunderschön. Und natürlich, ich muss da mal gleich nochmal hier Beleuchtung hochfahren. Blink bitte mal. Ja. Also das sieht doch auf jeden Fall besser aus, als die Segelfliegerohren, sag ich. Das ist ein bisschen mehr clean und es ist ein bisschen mehr schick. Ach, warte, dann machen wir gleich noch hinten. Hinten machen wir auch noch. Und hinten haben wir zur Sicherheit Blinker, die sogar noch mit nach vorne blinken und mit Zulassung natürlich. Und wir haben den Heckumbau drauf gebaut. Und da sieht man mal, weil es jetzt Abend wird, wie schön unsere Kennzeichen leuchtet, das Kennzeichen beleuchtet. Da gibt es keinen Stress. Und natürlich ist das Heck jetzt super schlank und schmal. Und ja, die Frage ist berechtigt, was passiert, wenn ich Kofferträger dran baue? Grundsätzlich ist es mal so, dass diese Kofferträger, mach erstmal die Zündung aus, sonst komme ich nicht mehr weg. Grundsätzlich ist es mal so, dass diese Kofferträger sich an einem Stückchen Kunststoff hier hinten sowieso nicht festhalten können. Wer also wirklich möchte, dass er das Heck schlank hat und trotzdem Kofferträger hat, der verlegt einfach diesen Kofferträgerbügel hier durch und dann ist es auch gut. Das kann schon nochmal, je nach Kofferträger, zu Nacharbeit am Träger selbst führen. Aber dieser Bügel, der da durchgeht, der muss nicht unbedingt am Kotflügel fest sein. Der stützt die rechte gegen die linke Seite ab. Punkt um. Und das war's. Der stützt sich nicht am Kotflügel ab. Der würde einfach runterfallen, der Kotflügel, wenn da einer stützt. Genauso wie dieser tolle Kunststoffgepäckträger runterfällt, wenn du da einen Topcase draufbaust. Aber das wissen, glaube ich, mittlerweile alle. Ja. Leuchten. Jetzt sind wir voll LED. Das hat sie ja vorher auch gehabt. Aber wir sind eben auch klein und fein. Und damit hier vorne dieses LED-Loch, also dieser Tragflächenanschluss, dass der nicht so hässlich löchrig aussieht. Dafür gibt es eine extra Abdeckkappe jetzt bei Hessler Rally Team. Die sieht so aus. Auf der anderen Seite sieht sie übrigens, wer hätte das gedacht, auch so aus. Dachsaufkleber ist immer richtig. Ja. Licht. Dann haben wir natürlich, um die Linie des Motorrades zu verschönen, nicht nur wurde Felgen gemacht und Tankaufkleber da. Gabelaufkleber gibt es natürlich auch noch passend dazu im Style. Und es gibt auch noch Handprotektoren, Aufkleber dazu, passend. Selbstverständlich. Wir haben aber auch den Motorschutz geändert. Also bei aller Freundschaft und natürlich ist es Geschmackssache und vielleicht auch eine Geldfrage, aber dieser originale Stotzbügel von Suzuki an der XT geht gar nicht. Mit den zwei Segelfliegerohren, die da rausstehen, entweder sie wollten, dass sie nicht so weit umkippt wie bei einer BMW auch. Aber wenn du wirklich mal irgendwo auf unbefestigten Boden kommst, dann haken sich diese Dinger ein. Ich glaube, das zerreißt dir das ganze Motorrad. Also das finde ich wirklich sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ich kann noch ein paar Seas davor machen. Ich finde aber die SW-Motech Stotzbügel sehr, sehr schön. Und die passen sehr gut zu dem Motorrad. Die passen sich in die Linie ein. Das hat SW-Motech sehr gut gemacht. Sie haben eine stabile Befestigung. Und da gehe ich doch noch mal gerne auf die andere Seite. Sie haben einen Anschluss. Sie haben einen Anschluss für den Motorschutz. Und zwar für den Suzuki-eigenen Motorschutz, den wir sehr gerne verwenden, weil der nicht so voluminös und groß und wumsig wie der SW-Motech aussieht. Da habe ich halt auch meine persönlichen Präferenzen. Er ist geschweißt und zwar sehr schön und sauber. Und er ist stabil. Und er gefällt mir, weil er nicht so eine riesen Keule ist. Beim SW-Motech ist hier noch alles zu. Das kannst du machen. Aber erstens mal wird der Motor dadurch nur unnötig noch wärmer. Der hat sowieso schon jetzt einen zweiten Wasserkühler hier am Ölkühler bekommen. Also das Öl noch mal wassergekühlt, weil er eben heißer läuft durch Euro-irgendwas. Es muss nicht sein, dass man Motoren einpackt, wenn es nicht sein muss. Finde ich schon. Ja, und da haben wir diese Protektionsnummer zusammen mit den Handprotektoren perfekt im Griff. Und das sieht einfach richtig schön aus. Es passt zusammen. Apropos, wenn ich gerade so hier unten unterwegs bin, Frontfender Lift Kit. Das sind jetzt noch die Straßenreifen drauf, aber es sieht ein bisschen bilder aus. Ein bisschen mehr Abstand hier. Und lässt sich relativ einfach montieren. Kommen hier nur ein paar Streben drunter. Natürlich haben wir diese runden Reflektoren. Die haben sicher irgendeinen Kumpel in Japan, der sagt, Alter, ich mache es sonst pleite. Kannst ihr mir die runden Reflektoren abkaufen? Das kann gar nicht anders sein. Die haben wir leider aber trotzdem abgemacht. Und haben welche drauf gemacht, wie es eigentlich alle tun. Wie es auch bei der neuen 800er DE ist. Die kommen einfach an den Gabelholm oder an den Kotflügel. Das geht sonst nicht. Das geht einfach sonst nicht. Noch eine Produktion, nämlich das Kühlergitter. Da habe ich jetzt nochmal im V-Strom-Forum gelesen. Da gab es diverse Diskussionen. Wir hatten lange Zeit von einem italienischen Hersteller ein Kühlergitter bekommen, was sich nicht direkt am Kühler abgestützt hat. Aber das gibt es leider nicht mehr. Das ist jetzt die neue Variante. Trotzdem sehr stabil in der Mitte mit einem kleinen Gummipuffer abgefangen, dass es nicht vibriert. Seitlich wird es mit einem Band, wie der andere Kühler auch, an den Wasserkästen aufgenommen. Und oben und unten hast du hier nochmal einen Halter, der auch nochmal entsprechend abgepolstert ist. Ich finde, es ist eine solide Lösung. Es ist sauber gemacht und es funktioniert super gut. Das kann so bleiben. Apropos sauber gemacht. Fischerhydraulik baut uns seit langem die Bremsleitungen. Und die nehmen wir für die V-Strom immer mit Edelstahlanschlüssen und nicht mit solchen billigen Aluminiumgeklimpern. Das Zeug hält wenigstens. Sieht auch gut aus, korrodiert nicht. Bei der Bremse würde ich jetzt nicht auf den letzten Cent gucken. Ja, und da haben wir natürlich die Bremsleitungen farbig gemacht, weil uns das halt so geil gefällt. Und wir haben die Anschlüsse der Bremsleitungen auch nochmal anders gebaut. Bei uns gehen die Bremsleitungen, das kann man dann auch bei einer Längererhöhung, Verlegung etc. kann man das sehr gut nutzen. Bei uns gehen die hier rechtwinklig ab und machen dann hier so einen Bogen nach vorne. Und damit liegen die etwas besser als die Suzuki-Leitungen, die sich hier so runterknicken. So hast du halt Möglichkeiten, den Länger nach vorne hinten zu kippen, weil der Abstand zwischen Leitung und Länger groß genug ist. Bei den Originalen geht das so eng dran, da hast du de facto keinerlei Spielraum. Habe ich ganz schön viel schon erzählt, fällt mir gerade auf. Was haben wir denn noch gemacht oder noch nicht gemacht? Also wir haben noch einen Desert Express Kettenschutz dran. Da waren wir zu Anfang auch ein bisschen großzügig, haben einen Desert Express Kettenschützer gebaut und vergessen, dass so eine V-Strom trotzdem ein ganz schöner Rüttelbox sein kann. Das ist eben ein großer V2. Und da hat es uns tatsächlich hier und da mal einen Kettenschutz zerrüttelt. Das kann nicht mehr passieren, weil wir haben das jetzt da super genial in Gummis aufgenommen. Da zerreißt jetzt nichts mehr. Da bin ich sehr froh drüber. Und jetzt hätte ich doch beinahe, beinahe hätte ich doch fast vergessen, das Highlight. Was heißt das Highlight? Also es ist schon natürlich auch ein wichtiges Element bei diesem Motorrad, nämlich das Lift Suspension Kit. Also wer genau hinguckt, sieht, dass das Motorrad einfach höher dasteht. Und das kommt davon, weil wir vorne die Gabel verlängert haben. Dort bleiben die Federwege gleich. Da kommt nur eine Cartridge-Verlängerung rein. Das kann man machen, indem man eben hier oben die Gabel öffnet. Die Stopfen müssen raus, dann muss da die Verlängerung drauf gebaut werden, alles wieder zu. Aber die Gabel muss dazu nicht zerlegt werden. Ausbauen macht Sinn oder du musst mindestens den Länger abnehmen. Ausbauen der einzelnen Holme, das führt dazu, dass du das Vorderrad rausnehmen musst. Und Kotflügel die zwei Bremszangen wegschrauben. Das ist jetzt also kein gigantischer Aufwand. Und passend dazu gibt es natürlich auch andere Umlenkhebelplatten mit AWE selbstverständlich, die für die Höherlegung hinten zuständig sind. Auch das originale Federbein. Und wir haben einfach nur ein höheres Fahrwerk. Und das merkst du beim Straßenfahren, weil du einfach mehr Bodenfreiheit hast, die Fußrasten. Und du merkst es auch, wenn du mal einen Schotterweg langfährst, weil hier auch einfach mehr Platz ist. Und da hätte ich doch fast meinen Lieblings-Miff vergessen. Mit dem haben wir ja angefangen. Der ist immer noch mein Lieblings-Miff. Der ist von der Leistung gut, von der Optik ist er meiner. Und zusammen mit unserem Hitzeschutz natürlich, ist er ein perfektes Paket. Ich mag den. Und ich finde, er passt einfach auch zu diesem Motorrad dazu. Ja, jetzt haben wir ganz schön viele Sachen besprochen. Und ich habe auch so festgestellt, der Marco hat schon ganz schön viel umgebaut jetzt. Der hat aber auch einen Trick benutzt. Öleinfüllschraube Zeta-Rot. Selbstverständlich. Und dann haben wir noch Inspektionsdeckel-Set Zeta-Rot. Natürlich selbstverständlich auch. Ganz schön viel hat er gemacht, habe ich gesagt. Und das stimmt auch. Aber er hat raffinierten Trick gemacht, der Marco. Er hat nämlich einfach eine gebrauchte V-Strom gekauft. Mit ein paar Kilometern drauf war sie fast genauso viele Euro günstiger. Das geht mittlerweile. Und wenn du dann sagst, okay, also eine 1050 DE muss ich nicht haben. 21 Zoll Vorderrad brauche ich nicht. Aber ich möchte ein Motorrad haben, zum Beispiel mit dem Design und individuell und das und jenes. Dann sparst du dir natürlich, sag ich mal, 3.000, 4.000 Euro vom Neupreis. Du kriegst hier eine vollwertige XT, also schon auch mit Speichenrädern. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Du musst ja dann, wenn, die DE nehmen mit 21 Zoll Vorderrad. Wenn du Speichenräder haben willst. Und dann kannst du natürlich von diesem Preisvorteil profitieren und baust dir daraus ein individuelles Motorrad. Und das finde ich schon ziemlich raffiniert. Und natürlich finde ich es auch schön, weil wir durften das umbauen. Jetzt sind wir tatsächlich, ich bin selber erschüttert, schon beinahe beim Ende. Wahrscheinlich, wenn ich, wie heißt es immer, oh, wenn ich jetzt aufgelegt habe, dann fällt mir noch was ein. Das war heute der heißeste Tag in Thüringen mit über 30 Grad. Und jetzt ist es ein bisschen abends lau, warm, wird schon wieder ein bisschen frischer. Ich mache jetzt schon noch eine schöne Proberunde. Ich fahre noch ein bisschen das Fahrwerk ein. Irgendeine Ausrede fällt mir jetzt nicht an. Und dann kriegt der Markus sein Motorrad. Und ich warte auf die nächste. Dann sage ich mal, bis dahin. Und wie immer, danke, wer bis dahin zugeguckt hat. Vielen Dank. Vielen Dank.